so liebe leute da sind wir bei der ascent schauen wir mal was das spiel zu bieten hat würde ich sagen das ist letzte woche glaube ich rausgekommen in den in den topsellern auf steam gerade auch ich habe vor ein paar tagen habe ich schon mal rein geschnuppert ganz kurz ab hier habe hier ein paar einstellungen macht tasten belegung und sowas umgeändert das ist eh noch gespeichert ja und wir spielen dass der erste test übrigens für mein neues setup hier wir spielen das erste dass die idee er der erste halbwegs ist ich habe noch kein spiel mit ray tracing gespielt und mit dlss an also mal gucken wie das wieder so läuft soll eine sehr gute grafik haben und das was ich gesehen habe sieht auch nicht schlecht aus und ich würde direkt sagen hier ein neues spiel genau hier habe ich getestet das werden wir überschreiben und geht direkt hinein rein da zugriff schnitzel zugriff steandeck heißt es einfach genau steandeck heißt es ja steandeck war es ist das die 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 steam switch in zyklus landen tausende träume auf welches oberfläche weg mit der maus die meisten bezahlen den bucherpreis der überfahrt indem sie sich als in den tour kräfte so genannte indents an konzerne verdienen im grunde genommen sklaven du bist ein in den der essen buch dem größten konzern auf wels wir sind ein indent steckst tief in den eingeweiden ihrer übergroßen akkologie fest und erledigst die eintöne aufgaben du zählst die verbleibenden zyklen bis zum ende eines vertrags oder eines frühen todes was auch immer zuerst eintritt wels heißt ich mit einem wuchtigen tritt in die eier willkommen sowie alle anderen jahoo aber noch hast du das handtuch nicht geworfen so und da sind wir schon hier haben wir einen schönen einen schönen charakter den wir gestalten können männlich wir spielen männlich gesicht es gab gar nicht schauen wir mal alles durch hier so einen alten verwunzelten ich mache mich mal ein bisschen heller und nein zwei stunden bis zum gameplay nach so viel zeit so viel hat man jetzt auch nicht zur auswahl aber hier bei der hautfarbe fängt schon an machen wir mal machen wir mal zwei gesichtstatten ach so ja erstmal ihr gesicht das gesicht noch gar nicht ok ok 187 mit tränen lassen wir das mal 187 mit tränen nee nee lassen wir was anderes oh das mit der mit der nabe sieht ganz cool aus 187 kappa aber schon viel zur auswahl war nicht so viel aber aber es reicht mir auf jeden fall ich kann mich immer so schwer entscheiden bei solchen sachen und da würde ich tatsächlich sagen dass zwei jahre im körper tattoo noch ah das passt ganz gut zu dem gell ja dann würde ich sagen lass mal das dreier dazu aber das gesicht gefällt mir nicht so muss ich ehrlich sagen lass mal die null nehmen wir die null nehmen wir die null so ja jetzt noch zum stil hauptfade da verändert sich die hose ich würde sagen schwarz schwarz geht immer eigentlich nebenfarbe orange oder auch schwarz alles schwarz habe hautfarbe gelesen und dachte what the fuck was für farben ohne nein behauptfarbe ja lassen wir es ganz schwarz ja sieht am besten aus finde ich keine ahnung das ist sonst zu lassen wir es ganz schwarz ja ok das ist das t shirt hier hydro cat Oberkörper frei geht auch, ein normales Tanktop, ich würde tatsächlich sagen, ich tendiere auch zum schwarzen irgendwie, keine Ahnung, so richtig schön langweilig machen wir den. So, Frisur, Dreads, Dreadzer, Man-Bum, The Mohawk, Long, Short, Ponytail, Ponytailist und Side-Comp. Oh, hier ist meine Haarfarbe. Die Frisur würde sich anbieten, wegen dem Tattoo, ne? Ich würde aber tatsächlich meine Haarfarbe nehmen, einfach braun. Also richtig schön langweilig. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Ne, wir nehmen Side-Comp. Wir nehmen Side-Comp. Das sieht auch so, ich finde das hat so einen Cyberpunk-Touch. Ja. Da haben wir das Tattoo auch. Ich meine, wer weiß, wie oft man das sehen wird, so weiß ich. Das ist aber irgendwie, vom Gesicht erinnert mich ein bisschen an John Cena, ich weiß nicht warum, du machst es Man-Bun, Man-Bun könnten wir auch machen, ja. Also, aber vom Gesicht her so ein bisschen an John Cena erinnert er mich. Ich weiß nicht warum. Ja, Man-Bun können wir auch machen. Das ist, ja, die Frisur, die ich in echt habe, ne? Lass das. Man-Bun? Soll ich Man-Bun lassen? Ist auch okay. Bin ja auch mal. Du machst E-Man-Bun, ach so, okay. Nie das andere Side-Comp. Ja. Dann lassen wir das. Haben wir das. Hier, John Cena. So, ein Waffen-Skin haben wir ja nichts anderes. Also von dem her. And his name is John Cena. Ja. Ihr habt doch alle so einen Man-Bun, oder? Was heißt alle? Sandro und ich, oder was? So, wir starten. Alle, ja alle. Nöhe. Work order 274-B. WMD system displaying erratic behavior. Causal origin trace to waste management. Disposal SI in maintenance subsector 41-A. Tasks. Okay, erforderliche Reparaturen. Wer ist er? Hm. Okay. Passt das mit dem, mit dem, äh, mit dem Sound? Ich hoffe, es passt alles. Sag mir Bescheid, wenn irgendwas zu laut, zu leise ist. Ja, eh wie immer, eh schon wissen. Der Typ ist vom Körperbau her auch nur Hühnchen... ...ist vom Körperbau her auch nur Hühnchen mit Reis wie du, Domi. Nur Hühnchen mit Reis. So, ich weiß nicht. Wir laufen da einfach mal. Das ist schön hier, man kann alles so mit dem Körper verschieben, ne? Die Physik ist schon mal da. Oh, Datenpad. Wartungsprotokoll. Alles ist wie üblich funktionstüchtig und kaputt zugleich. Die überlegenen tun ihre Arbeit. Fliegende Trümmer verschmelzen mit dem Inhalt ihrer Silikonherzen. Und ich weiß immer noch nicht, was die laufenden Monos eigentlich wollen. Kein Problem. Ganz normaler Alltag. Gezeichnet Byron. Okay. Was haben wir da aufgehoben? Ich hab keine Ahnung. Wird auch nichts angezeigt. Ja, raus mit dem Stuhl. Ab auf den Müll. Das ist ja von der Ansicht wie Diablo. Ja. Ja. Hier die... Wie heißt die? Esosicht. Isometrisch. Isometrisch. Stuhl. Also doch John Cena. Drückeleftal um dich zu ducken und unter hängenden Hindernissen hindurch zu steigen. Oder hinter niedrigen Hindernissen in Deckung zu gehen. Okay. Hier können wir kriechen. Im Dreck. Aber Grafik sieht gut aus, oder? Da. Was sagt's hier, Leute? Sieht doch schon... Sieht schon nicht schlecht aus, ey. Uh. Was schweigt denn da rum? Was sind das für Dinger? Irgendwelche Käferroboter. Oh. Und da hinten... Da drüben gibt's sogar eine Truhe, oder so. Warte. Kann man irgendwie die Map aufmachen, oder so? Huch. Was hab ich jetzt gemacht? Tagebuchreiter, Karte und Missionen. Alle angefangenen und abgeschlossenen Missionen und ihren Status findest du hier. Wähle welche Mission du verfolgen willst und behalte die Stufen-Empfehlung für Nebenmissionen im Blick. Schaffe dir einen Überblick über alle Gebiete, die du besucht hast und entscheide mit Hilfe der Karte, wo du hin willst. Okay. Okay. Also so ein bisschen Open World, ne? Und das ist schon mal sehr cool. Das ist schon mal sehr cool hier. Ähm. Wo haben wir gestartet? Warte, wir sind hier. Wir sind da so durchgelaufen, ne? Also hier wahrscheinlich. Und hier kommen wir. Hier ist ein Schatz. Hier wird ein Schatz angezeigt. Hier wird ein Schatz angezeigt. Den haben wir schon gesehen. Diese Truhe. Okay, okay. Oh, ich bin tatsächlich ein bisschen gerade überfordert. Also hier hinten, ne? Hier ist eine Truhe. Die will ich. Ich zock aber gleich auch nebenher, denke ich. Was zockst du? Gibt's ein schönes? Interagiert. Interagiere mit Objekten per F. Du kannst mit vielen Dingen interagieren. Zum Beispiel Leuten, Terminals, Türen oder Sachen, die du aufhebst. Ja. Autorisieren. Hier schon. Ah, das geht immer wieder zu. Okay. Oh. Da liegt einer. Ah, hier. 27 Ucret aufgenommen. Ucret? Ucret. Drücke um in dein System dein derzeit angestrebtes Ziel zu laden. Eine Navigationshilfe auf den Boden zu projizieren. Und wenn du still stehst, eine Karte deiner Umgebung anzusehen. Okay. Guck mal. Wo war das? Hab ich das nicht auch irgendwie auf der Maus? Ne. Hier. Mittlere Maustaste war's. Mhm. 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 Sehr schön. Also hier zahlt sich... Es zahlt sich hier aus, ein bisschen sich umzuschauen. So was feiere ich ja. Oh. Kartensegmente. Sammle mehr Kartensegmente, wenn du neue Bereiche betrittst. Dein Imp wird die relevanten Karten für den aktuellen Bereich automatisch herunterladen. Und sie in deinem Tagebuch. Fünf speichern. Sehr gut. Undermine? Was war das? Das sagt mir irgendwas, aber... Ja. Ich frage mich, wie wir hier rüberkommen, ne? Na gut. Das soll noch nicht unser Problem sein hier. So, reden wir mal mit dem hier. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. So. Sie haben endlich zurückgebracht. Backup? Das Problem war, dass sie die Stabtop zu erreichen. So, boom! Wir werden hier verletzt, um zu schrauben. Auch! Wie? Schöner. Ah, leider nicht. Die haben dir nicht gesagt, ich war schon da drin. Kuhn, das schreckliche Joplin. Jachalana. Okay, wie ein Endlosschleif. Bestien. Jachalana, hungrig. BI, was ist BI? Okay, wir nehmen an. Obviamente der Lockdown. Glückwunsch. So, wir haben hier ein Datenpad. Gesendete Nachricht. Scheiße, du hattest recht. Ich hätte nicht darauf reinfallen dürfen. Ein neues Leben. Einen Job bei der Ascent Group kriegen. Nach Wels reisen und alles klar machen. Dazu muss ich nur die Schulden als Indent abarbeiten. Ich bin hergekommen, habe einen Job gekriegt. Habe sogar sowas wie eine Unterkunft. Aber nichts ist wie versprochen. Ich lebe auf einer Müllkippe, die von einem Irren beherrscht wird. Und arbeite an einem noch schlimmeren Ort. Es wird länger als mein restliches Leben dauern. Die Schulden abzuarbeiten. Achso, du meinst Undermine ist so wie Binding of Isaac. Meinst du das? Weil ich dich gefragt habe, was Undermine ist. Immerhin halten hier alle zusammen. Und auf eine kranke Weise funktioniert das Leben sogar. Ich habe ein paar gute Leute gefunden. Damit bin ich schon besser dran als meine Familie zu Hause. Reden wir bald per Holo, ja? Ich dachte mir, du meinst jetzt das Spiel. So ein bisschen Binding of Isaac, wenn du in die Richtung schaust vom Maus. Von der Maus. Haha. Mhm. Wieder ein paar Jukrets. Wie hier richtig überhaupt? Nee. Ich renne den falschen Weg. Ja, nice. Aber ich schau trotzdem. Ja. Schau lieber immer. Lieber immer zum falschen. Beim. Zum. Zum falschen Weg. Und dann. Ach. Okay, wir haben. Wir haben eine Waffe jetzt. Okay, hier draußen. Also hier drinnen. Das ist der sichere Bereich. Da zieht unserer nicht die Waffe. Da ist keine. Da geht keine Gefahr aus irgendwie. Okay. Da kann ich mir noch irgendwas anschauen. Hier. Hier müssen wir hin. Ja. Oh, hier haben wir noch. Oh, was ist das? Shirt Skin. Oh, nice. Hier kann man sich auch ähm. Hier gibt es auch Skins und sowas. Fürs Outfit. Das ist cool. So. Hacke alles in Reichweite deines Cyberdecks, indem du C gedrückt hältst. Für viele Dinge in der Welt ist ein Cyberdeck nötig, dass diese bestimmte Objektart hacken kann. Was dein Cyberdeck hacken kann, erfährst du im Charakterbildschirm des Tagebuchs. Die meisten hackbaren Dinge in der Welt werden gelb markiert. Türen und Truhen können durch ein oder mehrere komplexe ICE-Programme geschützt sein und daher leistungsstärkere Cyberdecks erfordern. Verbessere dein Deck und erhöhe seine Leistung, indem du unterwegs Cyberdeck-Verbesserungen findest. Okay. Schauen wir uns das gleich mal an. Da ist aber nix gelb. Oder so. Zumindest seh ich das nicht. Ah, hier gelb. Okay. Das können wir auch produzieren. Jetzt haben wir das gehackt. Ein Hacker. Bist du ein Feind? Nein, du bist kein Feind. Schießen und nachladen. Feuer deine ausgerüstete Schusswaffe mit blub. Das Nachladen geschieht automatisch, sobald du mit einem leeren Ladestreifen der Abzug losgelassen wird. Kann aber auch manuell mit R ausgeführt werden. Ja. Kennt man. Ah, da ist es. Strahlend. Ups. Nice. Oh, das sieht echt sick aus da im Hintergrund. Oh, ist das ein Feind? Wie viel Munition haben wir eigentlich? Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Auf normalen. Auf normalen. Ah, da hat er kann man nicht gegen die Schmerzen ohne anleiten leben und es geht nur los nach dahingesehen. Aber hier wäre ein Schatz? Nein! Wir folgen erstmal, immer noch weiter. Erst am w favour denen wir das Tutorial bereit sind. Ah, ich höre da hinten was. Weg mit euch. Wie? Nicht auf total lebensmüde? Nee, das dauert sonst zu lang. Konomi. Ich habe so viele Spiele jetzt in meiner Warteliste, sage ich mal. Deswegen spiele ich alles auf normal. Ansonsten dauert es einfach zu lange. Wenn ich mal die ganze Spieleliste abgearbeitet habe, dann können wir wieder alles auf schwer spielen. Aber ansonsten, ja. So, hochzielen. Ziele hoch, indem du rechts viel gedrückt hältst, um über kleine Gegner oder Hindernisse hinwegzuschießen. Der von dir hervorgerufene Taumeln-Effekt wird stärker, wenn du deine Waffe hebst. Okay. Das habe ich vorhin probiert, da habe ich aber drüber geschossen. Aber her. Funktioniert es? Paspe. 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 Sehr schön. Holy shit, was ist denn da weggelaufen jetzt gerade? Aber es sieht so gut aus hier. Ja, ich bin so gut aus. Diegenden. 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 Diemere. Die Energie fliegt die WMD-Systeme. Diegenden. 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 Mh-hm. Tasklist. Done. Tasks. Replace external interface circuitry. Purge memory banks. Reset. Defaults. End. Okay. Tun wir weiter. Das ist einer von uns. Der macht nichts. Ich habe immer das Bedürfnis, irgendwo anders hinzuschauen. Wenn er mir sagt, du musst hier hinlaufen, dann... Er sterbt! Health Pack? Oh, wir sind voll. Kein Problem. Ukraine. Oh, Alter. So, ein Schatz. Leben voll, lieben voll. Wir schauen mal hier auch noch mal. Hier ist unser Freund. Genau. Okay, passt. Boah, der schreckt mich an jetzt. Ihr elendigen Viecher. Interface circuitry replaced. Ich muss die Speichermodule bereinigen. Und ich sehe gerade... Vielleicht wäre es hier besser. Ja. Na, die Cam. Wenn ich die Karte aufmache, ist nicht so schlimm, die Cam, ja. So, wir haben Speichermodule. Müssen wir bereinigen. Die Daten auf den Speichermodulen sind beschädigt und sollten vor einem Neustart der BI bereinigt werden. Äh, Hauptmissionen. Nebenmissionen sind inaktiv im Moment. Schauen wir einfach mal hier, was wir überhaupt hier haben. Tagebuch Reiter Codex. Information zu unzähligen Dingen auf der Welt. Orte, Charaktere, denen du begegnet bist, fremde Spezies, Konzerne und Allgemeinwissen über die Welt und über Technologien. Lies die Einträge über deine Feinde, nachdem du sie besiegt hast. Und entdecke einige Anleitungen, die dir beim Spielen helfen. Also, hier... Aha, Attribute. Aha, aha. Ach, du Heilige. Handel gibt's ja auch. Hochziehen. Hochziehen. CE. Ja, ich glaube, da wären wir eh eigentlich rangeführt, würde ich jetzt mal sagen. Und der Sektor 41A. Chuma. Chuma ist ein lakianischer Handwerker. Er wurde in der Gosse geboren, arbeitet in der Gosse und wird wahrscheinlich in der Gosse sterben. Trotzdem ist er zufrieden und hat immer einen Witz über das Elend des Lebens auf den Lippen. Er ist außerdem eine hervorragende Tratschtante. Und es gibt nur wenig, das in den gewaltigen Gang der Ascent Group Archeologie vor sich geht, ohne dass er davon hört. Stacked Boss Poon hat und ihn verbindet eine Art Hassliebe, die die beiden schon seit langer Zeit pflegen. Oh, das kann man sogar drehen hier. Ah, der Trummer. Der Trummer. Der Trummer. Neue Lehre. Indent. Slang für Zwangsarbeiter. Und wir sind auch ein Indent. Ein Sklave. Und dann haben wir die Bestien. Die Bestien. Hier Panzerung. Tagebuch Reiter Panzerung. Du kannst Panzerung jederzeit anbieten. Anliegen. Indem du einen Teil für deinen Kopf, Ober- oder Unterkörper auswählst. Die Übersicht zeigt dir die Verteidigungsarten und aktuelle Ausrüstung. Und ob durch das Anliegen der entsprechenden Panzerung zusätzliche Attributs oder Fertigkeitsboni gewährt werden. Hm, okay. Wir haben hier Feuerresistenz. Anscheinend. Torso. Eine. Aber die Free-Flow-Hose. No Name. Schlichter Beinschutz. Haben wir noch Ausrüstung. Deine Ausrüstung kann jederzeit angesehen und gewechselt werden. Du kannst zwei Waffen und ein taktisches Ausrüstungsteil führen. Waffen werden nach MK-Stufe und ART sortiert. Ah, da haben wir eh nix. Den P1-Beschützer haben wir. Sekundär haben wir noch nix. Taktisch auch noch nicht. So, der Charakterreiter zeigt eine Übersicht deines Charakters. Stufe, Fertigkeiten und Attribute. Jetzt kannst du auch Fertigkeitspunkte verteilen. Kopfgelder sehen, die du noch nicht abgeholt hast und die Leistung deines aktuellen Cyberdeck einsehen. Ach du Scheiße, das ist echt komplex. Fertigkeiten. Waffenhandling, Zielen, Gleichgewichtssinn, Ausweichen, Vitalzeichen, Körperbatterie, Kopfgelder und das Cyberdeck. TA Lifestyle. Billig aber relativ zuverlässig. Hat zwar keinen Schnickschnack, aber kann eine Tür knacken. Wenn der richtige Deckjockey es einsetzt. Okay. Cool, cool. Cool. Ha. Wieder Ukrat. Hier gibt es auch zwei Schätze. Oh, wo die alle? Oh, von hinter. Oh. Boah. mommy and Starb dir, Schweine! Ooo. Wir sind hier richtig. So, neutrale Personen. Nimm dich in gefährlichem Gegend vor anderen in Acht. Manche Leute greifen nicht auf Sicht an und lassen dich gehen. Falls du das nicht tust, mach dich auf einen Kampf gefasst. Aha. Hör auf! Die BF um Waffen und Rüstung aufzuheben und deinem Inventar hin zuzufügen. Halt der F gedrückt und sich sofort auszuheben. Okay, ich glaube die greifen uns gerade an. Ihr Schweine! Habverteidiger PSW. Mit was kann ich Waffe wechseln? Also zwischen... Ah, Mausrad. Okay. Im Tagebuch kannst du deine Ausrüstung ändern. Okay. Ah ja. Da ist er. Oh shit. Die geht aber gut ab hier. Sind wir hier richtig, gell? Ja. Vorarbeiterhelm. Ha! Um unseren ersten Helm. Hahaha. Ja, nice. Aber wo sehe ich denn meine Munition? Haben wir unendlich Munition? Und hier. Panzerung. Oh yeah. Das sieht schon cool aus. Du hast auch Kopfgelder gesammelt. Was? 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 Habe ich gar nicht mitbekommen. Kopfgelder. Ich habe Kopfgelder gesammelt. Oh, der erste Druck ist echt... Also... Das gefällt mir schon ganz gut hier. Und dann leer so eine Verarsche. Aber vielleicht haben wir das noch nicht freigeschalten. Deswegen... Deswegen... Das kann... Ich meine, es kann schon sein, dass das... Hier das... Ähm... Tutorial-Gebiet ist, ne? Deswegen wahrscheinlich. Boah, die neue Waffe will ich jetzt aber unbedingt ausprobieren hier. Wie die abgeht hier. Alles meins. Alles meins. Oh, der Schweine! Nee, nee, nee. Oh yeah. Das hier. Oh! Da haben wir noch mal Glück gehabt jetzt. Ich würde es einfach mal testen hier, was man da eigentlich alles so abschießen kann. Das ist stabil. Oh, Stufeaufstieg. Schließe Missionen ab, sammle Kopfgelder und besiege Gegner, um EP zu verdienen. Wenn du Stufe aufsteigst, wirst du stärker. Verursachst mehr Schaden. Und erhältst zur Belohnung neue Fertigkeitspunkte. Nice. Komm her, kommt her, ihr Schweine! Oh yeah. So, wir haben ja hier Fertigkeit. Wir haben einen Punkt, gell? Kritische Trefferrate, taktisches Gespür. Auswirkungen, Kaibanetik. Ich meine, Kriti sind wir gut, ne? Bestimmt, die kritische Trefferrate hängt mit dem Kaibanetik-Attribut zusammen. Aber die kritische Trefferrate. Da haben wir 0% oder was? Fertigkeitspunkte 3 haben wir. Waffenhandling. Bestimmt, wie schnell du Waffen nachladen und wechseln kannst. Aha. Zielen bestimmt. Streureduktionsrate einer Waffe. Bestimmt deine Widerstandsfähigkeit gegen Betäubung, Rückstöße und Taumelangriffe. Bestimmt das Tempo der Abklingzeit von Ausweichen. Bestimmt die maximale Gesundheit und die Energiekapazität. Boah, das ist ja schwierig hier, keine Ahnung. Taktisches Gespür dann. Dass wir allgemein den Damage erhöhen. Das ist anscheinend plus 9%. Krit wäre auch nicht schlecht eigentlich. Ich würde auf Schaden oder Crit gehen, ne? Hm. Ähm. Ich gehe mal auf die beiden, ja. Ich gehe mal auf Schaden. Komm. Oh, meh. Ein paar Punkte. Auch von allen etwas, ja. Ich meine, wir... Es geht eh nur 20, ne? Es ist eh nur maximal 20 dann. Ich weiß halt nicht, ob man sich für eines entscheiden sollte, oder ob man eh irgendwann mal alles maxen kann, ne? Das weiß ich halt eben nicht. Hm. Streureduktionsrate. Machen wir das auch noch, komm. Egal. So. Muss ich da irgendwas bestätigen? Hier auswählen. Ja. Passt. Neuer, neuer Gegner. Turbogrobian. Die einfachen Schläger der Turbobiepern. Wenn sie dir nachsetzen, schnappen sie dich. Schnappen sie sich, was immer sie finden können. Ob Rohr- oder Schusswaffe. Die meisten sind auf Drogen und äußerst kampflustig. Ein paar stammen aus den... Hi-Haps und wollen sich nur etwas vergnügen. Andere sind in den Hinterhof-Gangs groß geworden und denken, sie müssten sich etwas beweisen. Alle wollen dich umbringen. Stinker. Ja gut, von 0 bis 92% ist schon enorm. Mit Streuung, oder? Hier, das stand eh da, gell? Äh. Plus 92%? Ne, das wird irgendwas. Das wird irgendwas. Ich weiß nicht genau, was für ein Wert das ist. Keine Ahnung. Oh, ich wollte schon schießen, ey. Einen Lockeren. Ich will keinen Unschuldigen töten hier. Ja, zeigt mir doch da oben. Ja, ich weiß, dass da oben was ist. Aber was soll ich machen? Wie kommt man da hoch? Schauen wir mal. Vielleicht hier. Hier kommen wir wieder zurück. Okay. Okay. So, das ist das ganze Gehirn. Oh ja, er ist weg. Tumor ist weg. Müssen wir wieder zurücklaufen. Was geht jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Oh ja. Oh. War das die Truhe? Ne. Ah, hier sind wir. Normalkomponente. Was ist das? Waffenverbesserungen gelten für alle Duplikate derselben Waffe. Selbst wenn du deine aktuelle P1 Beschützer verkaufst, bleibt im Spiel deine MK für die nächste P1 Beschützer erhalten. Oh, das ist cool. Das ist nice. Nice, nice. Oh, gesperrt. Können wir nicht hacken. Aber es ist auch nicht gelb. Vielleicht können wir da später nochmal hin. Was geht denn ab jetzt hier? Ah. Stoppung. Lokalisieren. Mutmaßlicher Bereich. Unteretage 23, Zone 2. Hinweis. Keine Insta-Rinse verwenden, da die Rohre sonst korridieren. Korrodieren. Schockwellengranate. Taktische Ausrüstung umfasst alles, was... Alles von Granaten bis Robotern. Du kannst taktische Ausrüstung mit... Mausrad nämlich wieder einsetzen und dann erneut blopp rücken, um eine frühzeitige Sprengung auszulösen. Für den Einsatz muss die taktische Ladung voll sein. Du füllst sie, indem du Gegnern Schaden zufügst. Aha. Okay. Hä? Das stimmt nicht. Warte mal kurz. Der zeigt mir irgendwas anderes an. Äh... Ach, egal. Ist das Q oder E? Ne. Seitentaste? Ne. 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 Vielleicht ist sie grad nicht voll. Stand ja, ich muss sie irgendwie auffüllen, aber... Keine Ahnung. Ha. Egal. Oder gedrückt halten. Ne. Ich hab... Auf meinem Mausrad hab ich ja dieses... Dieses Dings umgebindet. den Wegfinder. Den Wegfinder. Warte mal, ich schau mal kurz in... Ausrüstung. Taktisch. Schockwellengranate. Taktisch. 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 Ah. Ich glaub... Oh. Taktisch. 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 liegt am Raytracing oder DLSS. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe im Vorhinein schon darüber gelesen. Es gibt ab und zu so kleine Ruckeler. Aber die sind, finde ich, nicht so tragisch. Und wenn es einen stören wird, dann könnte man ja Raytracing Raytracing ja ausschalten von dem her. Oh! Ah, jetzt ist die Granate voll. Jo! Wurde angezeigt unten, dass es nicht voll ist. Da war dann ein Kreuz. Ja, ja, das habe ich gesehen, was ihr gesehen habt. Jetzt ist es voll. Multiple failure reports Incoming. 38, local malfunctions. Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Nice. Domi, warum kein Unite? Das haben wir vorhin schon gespielt. Ich habe schon Rank gespielt, sogar. Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Frech Es kann sein, das mit der Cola Oh, da kommen aber sicher gleich wieder welche Und was haben wir hier? Komponente wieder, nice Ich muss das einfach zum Explodieren bringen hier Ich kann ja nicht nur Pokémon Unite spielen, Roland Da spiele ich mich dann satt und dann Und dann Und danke dir nochmal für 100 Bits Ah, ich lasse den Sound Sound passt, oder Leute? Ah, jetzt sind wir hier wieder beim Armfallen Jetzt haben wir das verbunden hier Nice, nice Jo Find er ja, sehr gut Abfall-Recycling-Netzwerk Holy shit What? Was passiert hier? Oh, oh 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 yeah! Huch! Der erste Boss hier! Frisch! Frisch Scheiße! Joooooo! Danke dir, Roland! Joooo! Ah, sehr cool! Sehr cool, ja! Na, da haben wir wieder eine Truhe. Was haben wir da Schönes? Hydraulik-Hieb? Hydraulik-Hieb? Augmentationen können gekauft und gefunden werden. Sie verleihen dir neue Fähigkeiten und funktionieren besser, wenn sie zu deinen Fertigkeiten und Attributen passen. Du kannst unterwegs Augmentationen im Tagebuch einbauen oder dafür einen Chirurgen besuchen. Wenn du sie ohne Chirurgen einbaust, wird deine Energie aufgebraucht. Du findest Augmentationen unterwegs bei Gegnern oder bei Chirurgen, die sie dir verkaufen. Okay, okay! Warte mal kurz! Müssen wir gleich mal anschauen, hier! Ähhh... Wo sehen wir das hier? War das hier irgendwo? Ah, hier! Augmentationen, ja! Du kannst Augmentationen und Module jederzeit anlegen. Aber obacht! Wenn du Augmentationen... Augmentationen selbst wechselst, wird deine Energie geleert. Augmentationen werden, je nachdem. Sortiert, wie sehr sie mit deinen aktuellen Attributen aufgeladen werden können. Okay. Ähm... Platz 1, Hydraulik-Hieb. Aber meine Energie wird weg sein. Verbrauch 60 Energie. Aber das ist mir doch egal, im Grunde, oder? Wir haben keine Energie. Okay. Ja, gut. Welche Energie überhaupt? Ich verstehe... Ich verstehe es nicht. Aua, wir haben den E schon drin. So. Augmentationsfähigkeiten werden mit Q und E ausgeführt. Augmentationen verbrauchen bei der Verwendung Energie, EN, die mit der Zeit regeneriert. Manche Fähigkeiten nehmen automatisch nahegelegenen Gegner ins Visio und signalisieren dies durch eine Markierung am Ziel selbst. Darüber hinaus können manche nur dann ausgeführt werden, wenn ein Ziel angepeilt wird. Okay. Okay. Ah, und dann mit mehr Motorik ist das stärker. Jetzt raffe ich das. Ist das so? Ist das so? Warte mal, was war denn Motorik hier? Ähm... Ich weiß nicht, ob das... Ob das unbedingt verbunden ist... Mit dem... Roland... Ich muss jetzt so ertagen bis später. Alles klar. Danke dir, Roland. Mach's gut, mach's gut. So. Ja. Äh... Wo steht denn das? Wo hast denn das gelesen? Ach hier. Motorik erhöht den Schaden. Jaja. Okay, 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 okay. Aber... Das Ding ist nicht so. Es hat... Nicht direkt mit den Fertigkeiten zu tun, glaube ich. Oder? Oh ja. Auswirkungen Motorik. Oh ja. Ja gut. Das stimmt wohl dann, ja. Hast recht. Hast recht. Hast recht. Andoni. Gut aufgepasst. Deswegen bist du Mott. Gattäher ihr Schwein! Gattäher ihr Schwein! Oh! 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 Das eher Backseat-Gaming! Oh! Das stimmt allerdings. Aber gut, ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist doch ein bisschen nerviger als erwartet. Hier, wenn ich diesen Move mache, ist er einfach hängen geblieben. Vielleicht schalte ich das dann gleich wieder aus. Oh Gott! Oh, da! Ja! Ja! Wir haben eine neue Hose. Ich bin gehabt, der Level Up 2 live! Wir machen wieder das hier. So, und wir haben eine neue Hose, gell? Ja! Oh, yeah! Die ist viel besser. Wir kommen da nicht durch, gell? Ne. Oha! Ah! Die Map ist ein... Ist das eine andere Map jetzt, gell? Also ist ein bisschen dazugekommen hier. Sehr komplex, das System. Die gibt ja auch Attribute. Also kann man das später eventuell auch so steuern. Ja. Ja. Man kann da richtige Pilze und sowas bauen, ne? Ja. 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 wars. Ja! Na, ja! Ja! Ich kann da rein wer das nicht existiert, gell? Es stimmt nichts. Das war eigentlich nicht. No, sorry, na, ja. Los. DLSS. Wir machen das mal aus. Bitte sagen wir nicht, dass wir neu starten müssen. Wir müssen in die Richtung. Alles gut bei dir, Marcy? Ich habe keinen Plan, was DLSS ist. Das ist... Ich kann es auch nicht so gut erklären. Ich meine, ich bin in der Materie auch nicht so drin. Aber es soll die Grafik... ...verbessern, aber mit besseren FPS-Dinger. Also man hat bessere FPS... ...und es soll die Grafik halt auch mehr oder weniger... ...es entlastet die Grafik sozusagen. Die Grafikkarte. Aber ich will auch kein Scheiß reden, deswegen halte ich lieber meinen Mund. Wie gesagt, ich bin da kein Experte drin. Huch, was ist denn das? Warum ist das so rot? Deep Learning Super Sampling, auch bekannt als DLSS, ist eine künstliche Intelligenz-Technologie, die Nvidia entwickelt hat, um die Leistung ihres Spielautomaten zu verbessern, auch wenn sie höhere Einstellungen ausfüllen. Ja, ja. Es berechnet nämlich, wie... Das ist eigentlich komplett sick, dieses DLSS. Es berechnet, wie es auszusehen hat. Es ist normalerweise so pixellig. Also, wenn du etwas Pixelliges diesem Programm gibst, rechnet er es dir aus, wie es auszusehen hat. So in der Art habe ich das mal gehört, was das ist. Oh, was denn was hier? F4. Aber wir werden gleich sehen, ob das der Hauptverantwortliche war für die kurzen Lecks. Also, wie wenn man dem System eine Brille gibt. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil wenn du eine Brille auf hast, dann siehst du es ja. Obwohl, er berechnet es dir halt. Wenn du etwas nicht siehst, dann... Weißt du, was ich meine? Er sagt dir, wie es aussieht. Obwohl er es eigentlich nicht weiß. Irgendwie so in der Art. Ah, hier gibt es nirgendwo... ...einen Schatz. Ich gehe auf der Suche nach einem Schatz, aber hier gibt es keinen Schatz. Aber wenn ich es nicht sehe, für was muss ich es dann sehen? Hä? Oh, warte. Oh. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ja. Enter. Ziel wählen. Arkologie. The Ascent Group went into immediate default after the corporate AI filed for bankruptcy one sub-cycle ago. Ein Spiel von Neon Giant. Neon Giant. The Ascent. Ich glaube, wir haben das Tutorial durch, Leute. Stark. Erstmal eine Stunde, 15 Minuten. Fürs Tutorial. Aber gut, wir haben auch viel gequatscht, ne? Ja, das ist immerhin da. Ja, da sind wir wieder. Domi richtig unzufrieden, wenn er die Map absucht und nichts findet, was er looten kann, ja. Es ist halt wirklich ein unbefriedigendes Erlebnis. Man sucht, man sucht, man sucht und, ja. Das ist ja cool hier. Ich nehme mal an. Oh, was? Oben. Shirtskin. Befriedigend. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Domi, ich habe was gefunden. Hier sind die ganzen Sklaven. Und wir sind einer davon. Die Korpssecops, wir wollen in person zu den nächsten Sicherheitskonten. Du bist nicht allein. Okay. Jetzt ist hier, wahrscheinlich ist hier auch irgendwo der Kirurg, oder? ATM. Wie Bob. Oh ja. Alles meins. Alles meins. Loot, 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 Loot. Oh, das hört aber cool aus hier. Ja. Ich sage, du bist nicht sicher. Kindlich nicht zu leisten. Aber was ich Montag, ist, wenn ich nicht zu sagen? Nein. Respekt, wenn du nicht mercatisch anst, warum in der васgliere 어머n stimulate. Das hat pic aktiviert. Aber ich habe mir sowohl, wenn ich empfassiert. Aber das Teil doch, oder? Ja. Da war Meister Juh da. Oh, was? Meister Juh da. Aber wir sind eh richtig hier. Wir müssen hier runter. Nochmal mal die Map rauf. Ah, das ist dieser ganze Komplex hier. Okay. Das ist sozusagen die Stadt. Wir müssen hier runter. Aber ich glaube, ich schaue einmal um... ...rum herum. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Ah, hier. Der kleine, gell? Das meinst du, oder? Da laufen ein paar Jodas rum. Hey, Niklas, servus. Ist das der neue Patch von Cyberpunk 2077? Ja, klar. Servus, servus. Ah ja, hier sehe ich schon eine Institution. Diese Soundkulisse hier. Aber das mit Stehenbleiben und O drücken, um den Weg zu sehen, habe ich vor allem nicht kapiert. Er meinte dann, dir wird die Map ein bisschen angezeigt. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich weiß auch nicht, was der damit gemeint hat. Vielleicht meint er denn das Radar oder so? Ich weiß es nicht. Aber das habe ich ja vorgelesen. Hat mich auch kurz verwirrt, aber gut. Ich sehe schon mal keine parkenden Assets oder Rack da aus. Nee, eigentlich läuft das ganz gut, bis auf ein paar kleine Ruckler. Oh mein Gott, warum kaufe ich das? Ich habe schon wieder Geld ausgegeben. Gehen wir zu dem Snack-Automaten. Denken wir, da gibt es was zum Looten und dann gebe ich Geld aus. Fuck. Loot, loot, loot. Geht's schon besser, Papa? Das kann ich aus- und einschreiben. Hier wieder Snack-Automaten. So, erstmal hier. Aber warte mal, wir haben ja auch irgendwelche... Ich meine, ein Shirt oder so bekommen vorhin, gell? Nee, das gilt nur für Skins oder so anscheinend. Das sind nur die Skins, die wir da gefunden haben. Na ja, gut. Was hat das hier gerade? müssen in die andere richtung sind wir hier taco man ich muss mehr tacos machen dann machen wir tacos die kleine kabine ja anscheinend kennst du das spiel niklas supermarkt Oh, das ist so riesig hier. Das muss man sich mal auskennen. Nee, noch nie gesehen. Wieder ein Yoda, ein blauer Yoda diesmal. 218 Meter noch. Oh, da kann man auch hinein? WTF? Ist ja cool. Oh, ne neue Weste bekommen. Cool. Was kann die? Nice. Die Kybernetik. Oder? Ist das nicht das Kybernetik Zeichen? Ja. WTF? Also es zeigt sich wirklich aus, da überall nachzuschauen. Oh, du mitz braun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, da kommen wir nicht rein. Diese Lichter. Hose. Hose. Panzerung. Wir haben wieder eine Hose. Oh, die ist schwächer. Das ist eine P10. Okay. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Oh. Panzerungswert. Jedes Panzerungsteil gewährt dir eine eigene Verteidigungswertung gegen jede Schadensart. Trage stets die beste Panzerung für den zu erwartenden Schaden. Es ist außerdem äußerst wichtig, dass du dir immer höherwertige Panzerung besorgst. Besonders wenn du stärkeren Gegnern begegnerst. Eine niedrige Verteidigungswertung kann dir gegen stärkere Gegner schnell zu Verhängnis werden. Es lohnt sich also in gute Panzerung zu investieren. Panzerung kann außerdem passive Pony auf Attribute und Talente gewähren. Ja. Das wissen wir schon. Ah, hier. Ah. Verkaufen können wir auch. Dann werde ich die gleich verkaufen, oder? Soll ich die gleich verkaufen, oder? Die Sachen. Ah, verkaufen wir es. Hm. Die scheinen gleich gut zu sein, die Kopfdinger. Obwohl. Hm. Ne. Das ist besser. Tatsächlich. Das sieht aus wie der eine von X-Men, gell? War das X-Men? Ah, ich verkauf das. Kopfausrüstung. Ah, den verkauf ich. Oh, wir sind gleich da. Oh, wir sind gleich da. Oh, wir sind gleich da. Kann man da auch noch sein? Tatsächlich. Cybervendor. Ist das der Chirurg? Chirurg? Ne. Splittergranate. Süsse Gerechtigkeit. Ne, da möchte ich eigentlich nichts kaufen. Wo sehe ich denn überhaupt meine Kohle? Ich weiß gar nicht, wo das steht. Seht ihr irgendwo mein Geld, was ich habe? Ne, gell? Oben? Wie oben? Wo oben? Hier rechts oben? Ja, gut. Ach so, hier. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Tatsächlich. Nehmen den Preis. Ja, ja. Ich dachte, das wäre ein anderer wert. Oder was? Ihr kennt mich ja schon. Ich bin ab und zu ein Blindfisch. Wollen wir mal. Ich glaube, ich brauche eine stärkere Brille, Kappa. Wir haben es ja mit Beamen versucht, aber wir können die Probleme beim Durchdringen intervenierender Materie nicht überwinden und werden das interdimensionale Hinke-Pinke ja doch brauchen. Wäre vielleicht den extremen Energieaufwand nicht wert, aber andererseits wäre so eine Reaktion höchst exothermischer Natur. Das heißt ja, elektromagnetische Strahlung alleine könnte keine Materie transportieren, da nur Energie übertragen wird, aber nicht die Baryonen und Leptonen, die es für Atome braucht. Papalapap sage ich da. Ist denen nicht klar, wie irrelevant das ist, wenn man den interdimensionalen Transfer von Elementarteilchen und Wellen berücksichtigt? Stimme ich ihm zu? Oh ja, Kappa. Aha. Frontschwein, Servus! Dafür gehört CD Projekt Red eigentlich eine reingehaut. Leute sehen etwas mit Cyberpunk-Setting und gleich so, uh Cyberpunk-Light. Ja, ja. Mittlerweile schon, ja. Aber das liegt doch einfach daran, dass es nicht so viele Cyberpunk-Spiele gibt, ne? Also zumindest, es ist halt schon so eine kleine Nische hier irgendwo, ne? Als nächstes bringen wir Steampunk 1766 raus und wir haben das selber Spiel mit Schweißerbrillen und Co. Oh je, ja. Servus übrigens. Hier, Frontschwein. Ähm, ist das angelehnt an das damalige Spiel? Da gab's ja, da gab's ja, da gab's ja ein Spiel Frontschweine, gell? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war, glaub ich, sogar aus den 90ern. Das hab ich tatsächlich sehr gerne gespielt. Als Kind. So, wo muss ich hin? Nein? Ah, okay. Okay, okay. So, wir haben das Ziel erreicht. Das ist der Feed mit deinem Grateful Abbott. Das ist das Team. Das Team ist der Affäre. Das Team ist der Affäre. Der Affäre. Da die Corporate AI für Bankruptcy einen sub-Wаг, vor. All attempts zu kontaktieren das Team Corporate Board haben failed und wir haben noch eine Erfahrung. Der Affäre. Das Team ist der Affäre. Der Affäre. Die Affäre. Das ist nicht so, dass die Affäre. Security, Corporate Grab Teams will already be moving in. All the luck to them. As I always say, one being's ill fortune is another's opportunity. Warhabbers in Cluster 13, this is Poom. As you've probably noticed, our dear Archology just defaulted. I don't give a feral's ass about the wise and wherefores. Business will go on as usual. That means no panic, no whining, and certainly no slacking off. Business as usual, understood? Tone out. Okay. 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 aber haben wir jetzt neben missionen hier so zu dinge haben man sieht die schätze überall hier aber ich stehe direkt neben einem schatz hier muss doch hier oben wie kommt man da hoch also eher lol bezogen ok von 22 ist das story game oder wie domi ich glaube beides also beides war beides in dem sinne halt was für beides ja ich glaube es ist ein story gehen klar ich sehe schon domi wird die stadt nicht mehr verlassen bis alle kisten gelootet hat ich bin stark am überlegen kann domi muss dir ehrlich sagen wer sehr du siehst einen toten laden mein freund er weiß es bloß noch nicht ja ok hier ist gesperrt ok das kriegen wir schon mal nicht da ist das ist das unterhalb irgendwie ach du scheiße aber wir sind hier und hier ist das wird schon da sein wahrscheinlich dann haben wir hier oben noch einen schatz sehr gut hier haben wir auch noch welche aber es scheint auch ein bisschen open world zu sein mal ein bisschen ein bisschen ist untertrieben ja ein open world game halt aber ich dachte ich dachte nicht dass es so groß ist tatsächlich also ich habe mich auch relativ wenig informiert über das spiel muss ich auch ehrlich gestehen aber so ist die überraschung einfach größer ich finde das ganz cool so schauen wir mal was diese gelben punkte da sind die gelben punkte seh wie meinst du die schätze oder oder die gelben punkte der hans hans kann helfen das sind kreis ok Bitte was? Bestienhoden? Ihre Eier sozusagen, aufgrund der harten Lebensbedingungen der Bestien sind ihre Eier höchst potent. Bitte was? Was? Oh wie geil. Die fraglichen Bestien werden ihre Kronjuwelen kaum Freiwillige rausrücken. Also wirst du dir wohl die Hände schmutzig machen müssen. Geil. Ist glaube ich mehr ein Sacred als ein Diablo, to be honest. Oh das ist, das finde ich, das finde ich tatsächlich geil. Aber Hans wird mich gut bezahlen. Ah gut. Okay, Kronjuwelen ist notiert. Auf Eiersuche. Ich habe gehört, dass es da dieses Hardware-Genie gibt. Ein Karlan, der alle Mods für die besten Speedcrush-Rennfahrer macht. Und auch andere Sachen. Man installiert seinen Kram und kommt aus dem Staunen über die Leistung nicht mehr raus. Man ist die ganze verdammte Zeit rum. Aber er soll auch ein Schlitzohr sein. Fort kleine Persönlichkeitskorrekturen in seine Module ein, von denen nur er selber weiß. Rot soll seine Lieblingsfarbe sein. Und nicht irgendwann rot, sondern dieses tiefe dunkle Blutrot. Wenn man sein Kram installiert, trägt man mit 15% höherer Wahrscheinlichkeit mehr Rot. Irre was. Die ganze Welt ist seine Leinwand. Und das ist seine Signatur. Aha. 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 So. Äh. Du meinst, wir sehen die Schätze auch auf der Minimap, gell? Ähm. Was denn das hier? Ein rotes Zeichen. Ist das die Hauptmission? Nee. Mit dem will? Ah, hier runter. Ah, das ist die Metro oder so. M für Metro oder ist das eine U-Bahn oder sowas? Ich glaub, da kommen wir nicht runter. Komm mal hier. Nee. Oder bin ich schon wieder blind und seh was nicht? Hier kann man mit niemandem reden hier, gell? Ist eine U-Bahn. Oh, cool. Cool, cool. So. Ah ja, die Truhen sieht man auch auf der Minimap, ja. Nice, nice. So. Daticus. Daticus. Mit ihr ist für das Sender, ja. Füßen. Anatolika. Ich meine chemische Erfolgssteigerer, so kann man es auch nennen. Zum Schnellreisen gibt es auch Taxis, die einen rumfahren können, wenn ich auch erst nach fünf Stunden Spielzeit und unzähligen gelaufenen Kilometern rausgekommen. Aha, aha. Interessant. Hier führe ich es an. Hier. Richtig fleißig trainieren. Man, wozu hier sitzen? Tag ein, Tag aus. Immer wieder dasselbe Scheißgewicht stemmen, nur damit mein Bizeps drei Millimeter zulegt? Das muss doch irgendwie schneller zu machen sein. Ja, das kriegen wir noch nicht drauf. Snooze, der wir mit Snooze verkaufen. So, hier haben wir die nächste Ausgabe. Ja. Ja. Diese Sprache. Okay. Okay, alles klar. Ja, zuerst schnell zum dicken Bizeps kommen wollen, Leg Day Skipping und Salat fressen. Haben wir schon gern. Ich stelle dir vor, das muss dir jemand alles einsprechen. Der wird den Spaß seines Lebens gehabt haben. Und Geld verdienen. Das ist doch perfekt Traumjob. Ja. Ja, Alter. Ich stelle mich gerade an. Ja, danke. Ich versuche das, das muss ich immer noch einmal machen. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ah ja, aber den machen wir hier vorhin. Mhm. Der Name der Wissenschaft natürlich und des Geldes. Ja ja, gib mir eine Puhle Wodka und leg mir einen russischen Text vor, dann kann ich das auch. Ey, das wollte ich sagen. Oh, ein Upgrade, Cyberdeck Upgrade. Cool. Na mal, schauen wir mal kurz. Hat man das... Oh ja, das hat man... Ja ja ja, das hat man automatisch direkt, gell? Jetzt heißt es nämlich anders. Stadt... Stadttreter. Vorhin hat es noch anders geheißen. So, und das war das, was wir nicht nehmen konnten, gell? Ja, das war das da oben. Und was war mit dem? Da kommen wir nicht hin? Oder wie war das? Kriegen wir das nicht auf, oder? Ah ja. Oder? Ne, gesperrt. ICE 3 sogar. Das andere war glaube ich nur ein Zweier. So. Okay, jetzt haben wir eh eine Runde gemacht. Ähm. Wohin gehen wir denn jetzt? Ich würde gerne die Quest hier noch annehmen, aber anscheinend geht das nicht. Gut. Dann gehen wir doch mal da hinein. Wieso sieht aber nur die Reichweite erhöht? Ja, das ist ja egal. Das macht ja nichts. Hauptsache Upgrade. Ein Roller-Rud. Kliff. Mann. Hauptsache Up戲. Dann pack yeah. Cannol. Komm schon! Why the hostility, Poon? All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis and that we're here to help in any way we can. All I'm saying is that I don't see how you can help right now. The Ascent Group is gone and the board has gone quieter than a null-spaced column. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent Group is not just the board, Poon. It's us. All of us. United around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Whatever. An idea won't feed my indents or provide security when Corpsek gets wise to the fact that their paychecks aren't coming. Now, you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. We'll talk again later, Poon. Okay. Cinder idiots. Oh, look at you. Positively bristling with ambition and a taste for mindless violence. Just what I need. My PA before was pure bullshit. This is a crisis supernova. The Ascent Group has collapsed. Our oncology's gone into default. And we've lost contact with the board. It's not that I expect those sleek suits to be able to un-fuck this situation in any meaningful way. No one is getting paid, and Corpsek will soon realize that they're risking their necks for exactly zero eukerets. We can expect security to implode before the cycle is over. The Ascent Group AGI suddenly went quiet. That's never happened before. It pains me to say this, but it looks like we're gonna have to cooperate our way out of this epic mess. The other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of incompetent hard noses, so don't get your hopes up. And I don't see any other options. And my imp won't shut up about this being the only way forward. I want you to handle security for the moot. In a crisis like this, you can always expect to see a few witless wonders stepping up the bat. The Turbo Vipers are already trying on a protection racket. So stupid, it defies comprehension. Questions? Shoot. Turbo V-Punk? ...threatening to attack the meeting. And I want you there if they do. The ladies' cream of the scum crop out there. With everything going on, they're seeing an opportunity. to strengthen their stock. But I won't allow that on my watch. Can't give in to the imbeciles. Yeah. So with the corporation gang kaput, ownership of the arcology is in flux. The other corporations will be sending in CGTs to grab what they can. We're like an AUG-6 theft right now, soon to be hacked up for parts by a bunch of greedy grafters. All payouts, including yours I might add, have been halted due to the bankruptcy. But I'm hoping it'll be a little while before Corpsek realize the magnitude of this disaster and leave their posts. It's all very clever. No single cluster is self-sufficient. You're smart enough to figure out why. But if I can reach an agreement with the other bosses, I believe we have a fair shot of getting through this. Considering the way things have been falling apart these last few months, we should have seen it coming. But yeah, this is the largest corporate collapse yet on Veles. Uncharted territory. I expect they're busy ejecting themselves from this mess and assigning blame to everyone else. First they run the entire corporation into the ground, and then they shut themselves into the Skyview levels. I guess that's what you can expect from a bunch of greedy forums. All right, enough questions. First I need you to go to the grinder and scout ahead. Oh, and you'll need to gear up. Won't just be facing deep-sink ferals anymore. Talk to my man Clobber. He'll set you up. Feel free to floodline any slag-headed turbo viper just looking at you sideways. We're good. Let's get this show on the road. Oh, yeah. Oh, yeah. Here we have already. Oh, yeah. Okay. Noobs, noobs. Noobs interessiert mich nicht. Orange Snoobs. What's have we here? Super Frühstück. Zwei gelbe Bandits. Eine weiße Schale. 1 TL Weissschalensaft. 1 TL Protein. ein 2dl nährschrot aha aha naja das ist wieder so ein snack automat hier gibt es einen händler anscheinend oder so na der ist unten ich hab kein keine kopfgelder aber hier joda kondomi sieht gar nicht mal wie joda aus im nahen von weit vielleicht aber aber so ich bin interessiert aber der kopf von hinten ja das ist super brain yoda ja kondi mal kohr 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 k.p Das sind Karl Lanz. Und Dinas Leiche. Gut. wie kann ich das jetzt einschalten hier stufe 10 stufe hier stufe 1 gut gerüstet das wollen wir auf zugrufen müssen wir müssen herunter glaube ich das heißt ich kann jetzt sicher auch die quest hier warte mal ich schau mal herunter zuerst ach so nee da waren wir ja schon gut ich mach erstmal hier die quest nicht mit dem regner frisch allein meint er uns meint er etwa uns das krumm ansehen da kann ich die dinger verkaufen oder kaufen schau wir haben schon 17.000 jetzt was denn da passiert wir hatten doch vorhin nur 5000 zur op begeben da kann man fertigkeiten zurücksetzen auch das cool biologie kann man die haarfarbe ändern wieder frisur ändern und sowas okay das ist nice hier haben wir neue neue skins bekommen gibt es aber nichts neues ich habe doch nichts ich habe doch nichts ich habe doch nichts was war das jetzt die quest ne das war nicht die quest hä wurde mir da nicht grad noch was angezeigt ich bin es verwirrt so handel besuche händler für waffenpanzerung cyberware und chirurgische eingriffe um waren zu kaufen und verkaufen mit der zeit sind neue waren erhältlich also schau regelmäßig wieder bei den händlern vorbei dir fehlen ucrits du hast noch sieben pistolen rumliegen die du nicht nutzt dann verkauf sie für wahres und investiere in eine neue schicke waffe ok ok ähh Seitenwaffe ah aha ne da haben wir bessere da haben wir bessere waffen ne oder die ist besser 3 bis 6 3 bis 6 ne waffe kaufen ne mach ich jetzt nicht ne aber wir müssen die ganzen händler bis jetzt deswegen wird mir das ganze zeit hier so angezeigt und 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 Ja, da gibt es aber coole Sachen. Und Rucksack. Nice. Ah, ich kaufe da noch nichts. Keine Ahnung, ich bin mir noch unsicher. Zum Knochenmühle-Bizir gehen. Das war ja wiederum... Das war ja Hauptmission. So, wir sind jetzt hier. Level 2, Anabolika Express. Oh, Quatsch, ich schau noch mal. Hier hinten ist der gelbe Punkt. Ne, das ist ein anderer gelber Punkt. Ist das ein anderer gelber Punkt? Oder warum... Warum wird mit der... Warum ist da ein gelber Punkt? Ist das unser... Achso, das ist unsere Quest jetzt. Okay. Die wir jetzt aktiviert haben. Oh shit, und wir sind im Kampzgebiet schon? Oh shit, ich schau. Oh shit. Achso zu anderen tiers might be restricted pending indent status Was ist das hier? 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 Das war eine Granate die mich getroffen hat, what the fuck? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich will doch keinen Stress mit denen! Der greift mich wieder an, gell? Oh ihr Schweine! Was ist das hier? Boah, da kann man aber jetzt viel looten hier! Lecker, lecker! Ach! Na gut, passt hier! Aber das bockt sich, das bockt sich richtig! Ey, die lassen mich doch sowieso nicht vorbei, ich muss die angreifen! Boah, was hat denn der? Und der für eine Waffe! Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ne, der lässt mich hinrufen! Hier müssen wir rein! Aber hier ist gesperrt! Oh mein Gott, hier sind schon 16er! What the hell? Hier sind schon Level 16er! Okay, hier gehöre ich eindeutig nicht hin! Tacos, 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 wer will Tacos! Ich bin hier eindeutig fehl am Platz! Obwohl ich hier hingehöre! Was ist das für eine Level 2 Mission? Hä? Das ist einfach Level 2! Wie viel Meter? 57! Ist auch gesperrt! Ja, ist gesperrt! Es ist gesperrt! Was soll ich machen? Ich glaube ich muss die Hauptmission zuerst machen! Okay! Okay! Hm! Okay! Sorry! Und warum kann ich hier auf einmal eine Waffe tragen? Das konnte ich vorher nicht. Das heißt, ich kann hier eigentlich theoretisch jetzt jeden umneaten. Ich meine, ich mache es nicht, aber... Hier, Shirts gehen, kawaii. Ich könnte hier alle umneaten. Aber ich mache es nicht. Zugang verwehrt. Ah, jetzt, okay. Jetzt sind wir wieder in der Stadt. Können wir jetzt auch in die Metro runter? Nee. Die wird gesperrt sein für mich hier. Das heißt, aber ich verstehe das mit der Nebenquest hier nicht. Warum mir da hier eine Nebenquest angezeigt wird. Na ja, gut. Egal, wir machen mal... Wir machen mal die Hauptmission jetzt. Ja, und dann kann ich hier auch noch nicht machen. Ja, normalerweise mache ich immer die Nebenmissionen zuerst, aber hier scheint es gerade nicht zu funktionieren. Und dann geht es aber ab hier. Oh, wie geil das aussieht. Aber diese Rucola hier. Handwerk, Handwerker-Rucksack. Ja, nice. Schauen wir mal. Äh... Der sieht cool aus. Ich mache es anders. Tastenbewegung. Reich Exalt. Hecken mache ich das so. Passt. So gern ich den Rucksack habe. Ich glaube... Das hier ist einfach besser. Oder? Oder auch nicht? Eigentlich nicht. Das hat mehr Stats. Aber sind mehr Stats gleich besser? Ist das gleich besser? Hm. Ich lasse den Rucksack. Oh! Ich lasse den Rucksack. Guckelei, die sind im Übrüchen. Oh shit. Dread picked up. Neue Waffe. Oh, die wollte ich sogar kaufen. Machen wir kurz. Warte, was ist das? Oh. Die geht ab ab. Eine Schrotflinte. Warte, was ist das? Warte, was ist das? Warte. Ja, aber das mit den Links geht mir ein bisschen am Sand, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gewillt, Raytracing abzuschalten. Muss ich ehrlich sagen. Liegt das an Raytracing? Wir schauen einfach mal. Mal. So einen richtigen... Oh mein Gott. Jetzt... Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Ob es daran liegt. Mitten im Kampf dieser Ruckler, das ist echt... Umdrehen sofort. Nein. Die selber umdrehen. Ja, ich glaube es liegt am Raytracing. Schade, dass das nicht so optimiert ist. Schade, dass das nicht so optimiert ist. So, wenn ich... Wenn ich in ein neues Gebiet reinkomme oder so, wenn ich dann Ruckler habe, dann finde ich es ja noch okay. Aber mitten im Kampf ist doof, ne? Wenn du da ein bisschen später... erst später reagieren kannst. Da hast du was. Wann hast du das letzte Mal Schnitzel gegessen, Domi? Uff. Schwierige Frage. Versuchen wir. Jetzt auch schon länger nicht mehr. Tatsächlich. Schnitzel. Free-Flow-Hose. Zählen, ähm... Banierte Hühnerflügel. Banierte Hühnerflügel. Als Schnitzel. Banierte Hühnerflügel hatte ich. Vor... ein, zwei Wochen ungefähr. Wasp Masteroire. Conservation. Aber wir müssen eher hier hoch. Juh, hier kommen sie nicht weiter. Du willst mich wirklich nicht aufschrauben. Was haben wir hier unten? Das ist so riesig alles hier. Heftig. Boah, ein Hinterhalt. Gesperrt. Geht nicht. Können wir alles nicht helfen? Geht nicht. 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 Ah nein, wir sind hier hoch! Gute Nacht! Die Turbo-Viepern werden immer aggressiver. Offenbar übernehmen sie langsam die Kontrolle über die Hausdächer. Vielleicht müssen wir uns bald nach Lossom Hills zurückziehen. Sehr gut. Da gibt es auch gleich Handshots. Hier oben anscheinend. Hier oben... ...hier noch. ...hier noch. ...hier noch. Was haben wir hier? Zugang verwehrt. Eieieiei. Bis 27 Meter, ne? Aber wir kommen da nicht rein. Zugang verwehrt. Geht's auch nicht lang. Zugang verwehrt. Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Gibt es auch schon wieder eine Truhe, die ich da nicht gesehen habe. Wo ist sie denn? Ah, noch weiter hin. Äh? Hier unten vielleicht. Ah, das war die Truhe da unten, glaube ich. Ja, ja, ich weiß schon wieder. Da waren wir hier vorhin. Da 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 da. So. Oh, hier haben wir viele Truhen. Aber können wir wahrscheinlich allen... Ah, hier, Komponente, okay. Wollt schon sagen. Da noch mal Komponente. Hier unten ist noch was. Wie viele von denen? Oh, Mann. Fuck. Nelie, waffe ist scheiße. Ja. Ja. Okay. Gibt es hier einen Aufzug? Schade! Schade! Darum fliegt es! 1.387 Beine, 36% von denen sind in Betten, und die resten sind Non-Reg-Habitators. Violent Incidents, including Murders, registered at an ultra-high last quarter. Kein schönes Viertel hier. Jawoll! Haben wir's gehackt. Skillpoint! Na schau! Oh! Oh, let's keep wipe the corner. Oh, okay! Okay. 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 Bauch galt! Da haben wir euch! so wieder ein metro so 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 the grinder is no fucking playground or sick really bothers and the place is ruled by creeps and assholes all of them armed to the teeth so komponente sehr schön achtung keine tiere füttern keine tiere verzehren viele spätiere sind fast alle aber ich muss sagen auch ohne ray tracing sieht das spiel echt spümsch aus keine ahnung ist dennoch schön und 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 Das ist eigentlich Das war's für heute. Oh, ich komme in dao. Oh, sie stas fendend. Da war irgendwie hoch, ne. Vielleicht von der anderen Seite. Später. Boah, Level 18er. Oh shit, oh shit. Boah, das wollte ich weg. Reep. Reiss den Peperonis. Oh Gott. Willst du jetzt alle wieder machen, ja? Oh shit. Uh... So, aber wir haben Level Up und wir haben neue Teile hier, neue Boosts. Oh, das ist stark. Sieht doch cool aus hier. Ich schau nochmal hier runter. Okay. Ich schau mal hier. Scherzkin, das haben wir doch eh schon... schon mal gefunden. Sind wir hier jetzt? Alter, das ist Level 20. What the fuck? Man, ein Schuss, ich bin ritten. Das ist ja übel. Woher sind die auf einmal gekommen? Ich sollte da glaube ich nicht hoch. Ich glaube, No Man's Land ist... Nee, nee, da gehen wir wieder. Da gehen wir wieder weg, hier. Hier gehören wir nicht ihm. Hier sind wir Kanonenfutter. Da geht's. Oh shit. Oh shit, wir haben schon alles aufgespiesst. Welches level sind die? Ah, fuck. Das ist bisschen blöd, dass man da nicht so runterschießen kann, wenn man oberhalb ist. Kann man irgendwie nicht runterzielen, runterschießen. Ich weiß, er zieht da einfach drüber, ne? Ah. Sei irgendein Trick, nee. Ah. Ah. Ist das eine bessere Dreadwaffe? Oder? Ist die Dread einfach immer gleich stark? Mk1. Okay. Oh, da sind welche oben. Oh shit. Oh shit. Fuck, ich bin fast tot. Alter. Nein, Schuss und ich bin tot. Das heißt, ich bin so ziemlich tot. Droppen die keine Gesundheit oder so? Und der jetzt. Wow. Wow. Ah. Hier. Hier. Aber beck. ką. Oh. Das ist world's. Wow. Oh, das ist最終 des articles. Oh. Oh, das ist ein ist das reassert. oh shit ok wo ist die nächste Truppe da oben oh fuck oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit gefiltert red ist das jetzt schon wie getroppt das stufenaufstieg nice oh die hat gesessen wir haben einen Raketenwerfer bekommen oh tatsächlich ja nice red black servus moin kann ich mitzocken ne ich wollte ich bin das erste mal dran also ich wollte das eigentlich solo spielen und ich hab gehört im koop modus solls auch ziemlich rumbuggen also von dem her sorry leider nicht leider nicht schießt schießt mal der geht aber gut ab hier what wie heftig ist das stimmt stimmt nicht habe ich es mit einem kumpel durchgezockt ok ja trotzdem trotzdem ich spiele das zum ersten mal und deswegen ja ich will mich da auch nicht durchcarryen lassen oder so viel spaß dir noch ja so ja 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 das das ja 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 und ja Untertitelung. BR 2018 Krabberteidiger Aufmachen hier. Was sind wir hier eigentlich jetzt? Krabberteidiger Also der ist richtig wild. Krabberteidiger Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam Ah, das ist da unten. Oh, wo bin ich jetzt? Kann man das nicht drehen, irgendwie? Das ist hier irgendwo unten. Okay. Ah, hier unten ist auch nochmal eine Ebene, ja? So, wir sind hier sowieso falsch. So, wir sind hier oben. So, wir sind hier oben. Stellung halten. Ach du Scheiße. Weih. Aber wir haben genau die richtige Waffe für den. Falls der kommt. Komm her. Ich hab da was für euch. Hier. Fräst. Oh. Oh shit. Da kommt er. Oh. Der hat seinen Bruder mitgenommen. Und weg ist er. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sie hat den Mut. Whatever. Ich komme raus! Da! Meeting done! Raging success! The other bosses are on board. We'll begin coordinating our cluster SIs and redistributing vital supplies in a few hours. We still have plenty of work to do, but this is as good a start as we could hope for. But who the flaming fuck with those amped up flatliners? Dammit! I need more problems about as much as I need a rectum on my forehead. And yes, I know there are a few evolutionary dead ends like that around, but you get my drift. Someone's pinging me. Hang on. Pony here. Yes. Yes. No. Fuck. That was Admin Denker. While we were splooging all over ourselves here. Someone went and grabbed a whole bunch of Habbers. My Habbers! Seems the attack here was a diversion for the kidnapping. I gotta get back. Don't stray too far! I have a feeling. We'll need your help again soon. Okay. Nice. No level up. Now we have, I think, we have 14 points. Oh, here so. So, no more 6 points. Oh! Oh... Oh... Machen wir das so. Machen wir das so. So, wir haben wieder neue Sachen. Aber nichts ist so gut wie das hier. Das ist einfach top. Oha. Die Hose ist genial. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Ja, okay. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas getroppt hier? Ich glaube nicht. Schauen wir mal hier entlang jetzt. Hier haben wir noch eine Nebenaufgabe. Irgendeine Nebenaufgabe ist hier. Ich weiß aber nicht welche. Achso, nein. Die kann man annehmen hier. Das kann man hier annehmen. Der Interlink. Moment, Moment. Hier, da hat mein Burt. Ich bin am Arsch. Razor-Pedals haben mich umzingelt. Ich höre sie draußen fluchen. Ich brauche diesen Gefallen jetzt zurück. Ich habe das Gewehr meines Vaters drüben in Junction versteckt. Kühlschrank hinter einem stillgelegten Metzger. Such nach P3. Hol das Gewehr und bring es Iris. Sie soll einen Andenken an mich haben. Soweit ich gehört habe, arbeitet sie in einem Mikroladen in Cluster 13. Scheiße, sie reißen unsere Pär. Oh, das ist eine Leak. Okay. Aber die Leading me, ja, no? Oh! Verbrene! Oh, shit. Good choice. Monocle. Da war noch einer, ne? Hä? Ist das auch wieder unterhalb, ne? Ja, das wird nicht am Radar angezeigt. Aber dann wird es unterhalb sein. Hallo? Wie so ne Dread. Schau mal runter her. Oh shit, die sind Level 14. Nee. Da gehen wir wieder. So. Ist irgendwas gesagt, gell? Können wir jetzt die Metro benutzen? Irgendwas gesagt hier, dass wir jetzt irgendwas verwenden können. Warte mal. Kodex. War da nicht irgendwas? Hans. War das der Interlink? Ja. Die Interlink Maglev Züge verbinden die Hauptbereiche der Archologie. Abfahrtzeiten können sich je nach Schicht unterscheiden, aber sind regelmäßig genug, dass die Wartezeit üblicherweise kurz sind. Da die Sicherheit in den Zügen und an den Haltestellen zu wünschen übrig lässt, verlassen sich die wohlhabenden Wohlhabenden Haber lieber auf andere Transportmittel. Okay. Der Interlink. Aber wo finde ich da jetzt einen? Ist das... Es wird hier das M sein, gell? Schauen wir mal. HM ist unten. Ah... Ah, da kommen wir hier runter, ja. Perfekt. Was war das? Was zur Hölle war das jetzt? Violent Incidents, including unsolicited murders, registered at an all time high last quarter. Ne. Ne, da wollen wir nicht hin. Noch nicht. Noch nicht. Ah, da ist der Zug. Hier. Ähm... Cluster 13. Das ist cool, Mann. Ich weiß ja nicht, wie kommt man denn hier... Hier runter? Hier wird mir die Quest noch immer angezeigt. Irgendwo muss es hier runter gehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, in Chinatown oder was das ist. Zugang verwehrt. Feels bad. Hier. Hier kann man doch runter. So, Domi. War weg. Ne, da geht's hoch. What the... What the hell? Ich wollte doch nicht... Ich wollte doch nicht hoch. Aber warte, wir schauen hier trotzdem. Vielleicht ist es auch oben. Man weiß es nicht. Ja, es ist oben. Ah. War weg. WB. Also WB. Ist das ein Story-Game oder wie? Äh... Äh... Ja. Ist auf jeden Fall ein Story-Game. Es hat eine große... Große Story, ja. Also... Große Story. Weiß nicht. Große Story, aber... Es hat einen Story-Strang. Halt, ne? Ehe wie vorhin, ähm... Hier, ähm... Frans Wain gesagt hat. Äh... So wie Diablo 3 halt auch eine... Story hat, ne? Oder allgemein Diablo. Hm, 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 hm... Brauch ein Game bis zum New World Full Release. Beta ist ja seit heute morgen 9 Uhr rum. Ja? New World bin ich auch dabei. Hab ich mich auch entschieden. Müssen wir schauen, dass wir am... Am gleichen Server sind. Ähm... Aber ja. Keine Ahnung. Ich finde das... Das Spiel ist ganz, ganz cool. Hat... Kostet nicht 60 Euro oder so. Kostet glaube ich 30 Euro. Ich glaube bei... Beim Windows Game Pass ist es sogar kostenlos. Dass wir es refundet haben damals. Stimmt. Hast du halt... Hahahaha... Héh... Ey, du hast mich auf die Idee gebracht. Du bist schuld, Kosova. Hahahaha. Du bist schuld... Hahahaha. gentlyprechend... Aber ich glaube, das Spiel wird nicht allzu groß sein. Das musst du bedenken. Also bis zum Ende August wirst du nicht damit beschäftigt sein. Ich glaube, wenn du es wirklich viel spielst, wirst du das Spiel in drei Tagen durchhaben. Oder weiß ich nicht was. Das ist jetzt kein großes Game. Für 30 Euro. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß es ist. Aber wenn es 30 Euro kostet, wird es, denke ich, nicht so groß sein. Also, ich weiß nicht, wie groß ist. Ich weiß nicht, wie groß ist. Das ist neige Wunderschöne. Ich habe mich über die Wunderschöne gemerkt. Aber ich habe mich über die Wunderschöne mitgebracht. Das ist ein großes Ding, wirst du da haben. Das war mir schon, 1943 der Wunderschöne. Ich habe dich über die Wunderschöne gemerkt. Nice. Machen wir das auch. Vielleicht zu Orden of Legends ein bisschen Larifari weiterspielen bis New World kommt, aber ich mag das eigentlich nicht so, ein MMORPG liegen zu lassen. Ja. Die Stripes of Midgard sieht interessant aus. Das ist jetzt auch in den Top-Selern, gell? Ich weiß, ich weiß. Dum 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 dum. Hm. Moment, Moment, Moment. Ich schau noch kurz was. Da, da, da. Da, da. So. Oh, Tozni. Servus, servus. Na? Alles gut bei dir. Ähm, ja, wegen dieser Stripes of Midgard. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ja, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Muss ich auch sagen. Also ich muss nicht alles kaufen, ne? Und mehr holen. Ich habe sowieso zu viele Games. Die alle noch gespielt gehören. Wir könnten ja mal versuchen, eine Neon-Quest zu machen, ne? Hier, Anabolika-Express. Schickt er uns noch immer am Arsch der Welt? Ja, der schickt uns noch immer dorthin. Wo wir das nicht machen können. Hier Level 5. Das Versteck. Wo wäre das eventuell? Äh, das wäre hier. Das könnten wir machen. Das könnten wir wirklich machen. Oder wir machen noch einmal eine... Eine, eine, äh... Hauptmission. Boah, ist das besser? Overall, ist das schon besser, gell? Ja, 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 ja. Oh yeah. Jetzt haben wir wieder so eine... Schicke Brille. Klar, bei dir... Ja, immer, immer doch. Immer doch. Stell dir auf Kolossus, was da mit, Domi? Das habe ich durch, Kazuma. Das habe ich durch. Das war nicht so lang. Locate the hidden stash Yeah, I'll go I'd like to buy all the things I'd like to buy And I don't need it There's no reason that business is good I don't need it I don't need it I don't need it I don't know what that means 0-2 What does that mean? Yeah That's 1.100 wert But you can notice that That's the best What I have I don't know what that is Ah I have two of them Ah, that's why Okay That's 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 better than that Ah Also That's 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 What's that That's What's that From the value Maybe because of Ich meine es macht doch es wird eventuell auch Sinn machen Oh nein, komplett verkohlt Schnitzel verkohlt Wenn ich vertraue dem mal hier Wenn er sagt, dass es 900 wert, dann ist es 900 wert Ist okay 800, 600, 1400, 1500 Das heißt, mit P20 ist die beste Hose So macht man das jetzt immer Ich trage einfach das wertvollste Die P20 Oh, da haben wir so viele jetzt 800, 800 Oh, der Raketenwerfer, ne? Das ist so eine Dreckswaffe Kein Wunder, dass sie nur 5 wert ist Das ist so ein Käse Es wundert mich wirklich nie Warum die nur 5 kostet Ich lese das die ganze Zeit Ich denke mir gerade, warum ist das auf Englisch? Mir kommt es mir erst später Bin schon mit dem Text fertig Denk mir, hä? Steht gar nicht auf Deutsch Ich verkauf es trotzdem, egal Ja The perfect tool to take out robots Ja, gut, vielleicht Vielleicht hebe ich es mir noch auf Ich hebe es mir sicher als halber noch auf Ja Hebe es mir auf Die anderen hebe ich mir auch auf So Was gibt es denn hier? Jetzt haben wir eigentlich schon ziemlich viel Geld gesammelt, ne? Meine Strähne ist vorbei Ja, irgendwann Aber hier, komm Dort ist nie Du kriegst von mir eine Schnitzelspitze Weil du, äh Todesmutig Deine, deine Schnitzel einfach geopfert hast Das ist ja einfach in den Tod geschickt Das ist die beste Beste Waffe, die er hat Der Friedensbringer Tumultflinte Ne, ich will sowieso keine Waffe kaufen Ich bin zufrieden mit meinem Raketenwerfer Und Gunsmith Oh Der kann die verbessern, gell? Die Dreads Der kann sie verbessern, ja Preis 1 Gut haben 14 Ah, das sind die Komponenten Die wir da Gesammelt haben Boah, da treu ich mich ehrlich gesagt nicht Ich weiß nicht Wie wichtig Das dann noch ist Und wie viele Waffen es gibt Und wir Mods bekommen wieder Nur die Krübel Die Brösel Und den Schnitzeln Muss reichen für die Mods Aber die sagten Wenn du eine von denen Upgrades hast Haben das die anderen danach auch, oder? Ja, wenn ich dann Also nur die Dread, ne? Wenn ich jetzt die Upgrade Und die Dread dann verkaufe Und ich wieder eine Dread finde Dann Ist das auf dem gleichen Level Das schon Aber Keine Ahnung Vielleicht gibt es noch eine andere Waffe Die Mir eventuell besser gefällt Und dann Wenn ich die Dread jetzt Irgendwie da upgrade Dann Weiß ich nicht Habe ich halt keine Guthaben mehr Weil diese Komponenten Gibt es halt auch nicht ewig Das sind ja auch meistens diese Schatz Schatzkammerdinger da Also diese Ich meine Es gibt echt einen Haufen, ne? Eigentlich brauche ich da nicht sparen Aber Ja, das sind mal so die Angst dann, ne? Das war irgendwas Gezielter Schuss Leert den Verbleibenden Ladestreifen mit perfekter Zielgenauigkeit Und erhöhter Effizien Das ist ein Hack Cheats Das sind Cheats Mit Roll-Equip Habe ich zwei Stück von denen? Echt jetzt? Ne Gegenstände zwei Oder was? Ne, er hat zwei Stück Oder wie? Äh Muss man nicht kaufen Sowas Ja, was das angeht Bin ich mir ein bisschen zu geizig Ich denke mir Das kann ich doch ja Selbst auch irgendwie finden Keine Ahnung Es ist auch halt viel cooler Wenn man Wenn man die Sachen selber findet Als Wenn man sie irgendwie kauft Oder so Wobei ich so eine Granate halt cool finde Die süße Gerechtigkeit Was ist das? Tödliche Granate verursacht Eine plötzliche Schwerkraftfalte Die alles in Reichweite zerquetscht Manipuliert blitzschnell die Masse Atomare Kerne Auf der Quantum Ebene Aha Oh, das scheint stark zu sein Das scheint stark zu sein Hast du nicht einen Rucksack? Ne, ne Den hab ich schon verkauft Aber das ist nur optisch, ne? Ein Rucksack Das ist nicht so Ein Rucksack da Wo ich was reinpacken kann Oder so Das ist auch nur optisch 39.000, ne? Aber dafür scheint die Ziemlich stark zu sein Vielleicht spare ich mir auf das Vielleicht gönne ich mir das Ah, das sind halt so Sachen Die brauche ich eigentlich gar nicht Die, keine Ahnung Ne Ne Nein Wobei, komm Wir upgraden Wir werden upgraden Aber nicht Aber wir werden nicht alles Rauspfeffern Ich werde vier Vier Komponente Verbrauchen Ah, das war nicht bei dem Wo ist denn der? Der mit dem Hammer, gell? Gunsmith So Mk2 Oh shit, der Preis wird Okay, der Preis wird ja auch höher Wer die vielleicht noch mal bedenken soll Dann kommen wir auch mal so Und dann Nochmal die Dread Und passt Und passt Heißt So Jetzt haben wir noch 10 Guthaben Falls wir dann wirklich eine Eine gute Waffe finden Dass wir da noch mal Ein bisschen was investieren können Was dieses Dieses WLAN Zeichen da Was war denn das? Es wird hier gar nicht angezeigt Aha Okay, okay Was war das für ein Händler noch mal? Schau mal, auch mal schnell Was? 400 Waufladungen? Was, was, was? So viel hast du nicht mal, oder? Was, was, was meinst du? Achso, das ist das mit dem Kopfgeldern Ja Gibt's hier noch ein Nebaufgabe Die man irgendwie Annehmen kann Gut So viel kostet die Garnate zum Einsetzen Die du sparen Auf die du sparen wolltest 400 Wauflader, ne? Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat Ich weiß nicht, was Was da mit Aufladungen gemeint ist Was da mit der Lüge So viel kostet die Garnate So viel kostet die Garnate So viel kostet die Garnate Was da mit der Garnate Ja. Du 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 du. Die lassen wir mal in der Uhe da. Ah ja. Oh schau. Was ist da? Kopfgelder? Bestimmte Gegner sind bekanntes Störenfriede und es ist ein Kopfgeld auf sie aufgesetzt. Besiege einen Gegner, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist und sammle einen Beweis dafür, um die Belohnung bei einem beliebigen Barkeeper auf Wels abzuholen. Aber Vorsicht! Gegner mit Kopfgeld profitieren von verschiedenen Kampfponien, wodurch sie schwerer zu besiegen sind. Im Tagebuch findest du deine aktuellen Kopfgelder. Vergiss nicht, die Belohnungen einzustreiken. Na schon. Haben wir schon einen erledigt? Easy. Hallo. Ah, hier hoch müssen wir. Äh, das sind gute. Das sind Stinker. Doch. Und zwar. Was ist das? Viele von denen da sind. Okay. Wie da irgendein Teilchen noch zu mir geflogen ist. What the hell? Oh fuck. Oh fuck. Okay. Okay. Das war eine andere Quest. Deswegen sind wir eigentlich gar nicht da. Das war eine andere Nebenquest. Aber hier gibt es übrigens auch noch eine Komponente. Ein Skillpunkt. Datenpad, du dachtest, wir finden dich nicht. Man versetzt die Turbo-Vepa nicht einfach. Meine Leute werden dich finden. Und dann wirst du schon sehen. So, ich gehe mal davon aus, dass es unten ist. Das war's für uns, um ja. Das war's für uns, um zu sagen. Fuck! die sind level 17 gegen die will ich nicht kämpfen gesperrt Goldgun Gravur Iris So jetzt müssen wir nur noch zu Iris die die Waffe geben gibt es hier eine Metro ne müssen wir wieder so laufen aber warte mal ich würde gerne mal schauen wie stark der Raketenwerfer ist gegen so ein Level 16 vielleicht kriege ich auf die Schnauze wieder ist der tot ich habe es raus gefordert ich habe es raus gefordert ich habe es raus gefordert das war wieder so ein Bounty Typ was ist das für einer passiert nichts wenn man stirbt das ist eine gute Frage das ist eine sehr gute Frage entweder man verliert ich weiß es nicht ehrlich gesagt ich weiß es wirklich nicht vielleicht ein bisschen Geld oder so oder Erfahrung oder keine Ahnung aber ich kann mir nicht vorstellen dass man nichts verliert hier Röf hat Atami und Suitcase Korben ich kann mir nicht vorstellen dass man nichts verliert ich meine wer wäre irgendwie blöd aber dann muss man gar nicht mehr aufpassen dann kannst du einfach rein so ist das scheißegal passiert ja nichts ja der weiß da ist schon wieder einer ja aber die trocken wir mal Komponente das ist geil das ist natürlich geil dann kann man die doch farmen da genau na Was ist das? 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 Äh... Weapon oder... Ucrits... Ich sag Weapon... Okay... Was haben wir gekriegt? Schmorrer! Den Schmorrer haben wir gekriegt! Wo ist der Schmorrer? Hier Schmorrer! Modifizierte Schrotflinte! Und die würde ich dann gerne mal testen! So, wie schaut's aus? Panzerung! Kann man da schon wieder was besseres gucken! Speedcrush Team Jacke! Die scheint stärker zu sein! Ja... Warte! Wir machen das wieder so! Wir machen das wieder so! Wir gehen gleich zum Händler und schauen was am wertvollsten ist! Hahahaha... Hahahaha... So! Hier, die sind alle tausend wert! Schuss an! Geil! Nice! Das... Das ist cool! Das man hier so... Als Kopfgeldjäger sich auch so ein bisschen... Was dazu verdienen kann! Das ist cool! Das gefällt mir! Schauen wir mal... Aaaaah... Hier! Die Basic Tech Weste! Ist noch immer die wertvollste! What? Oh, aber Mac Tech Hose! Weil die ganzen Werte und so... Ich kann damit nichts anfangen irgendwie... Keine Ahnung... Ich weiß nicht auf was ich gehe im Moment... Von dem her... Aber das sieht mir eigentlich schon stark aus! Die MCH Hose! Die hat viele... Resistenzen hier! Ziemlich hoch! Die ist eher so... Offensiv! Die hat einen Boost! Gibt auch ein... Gibt auch Attribute! Die Hose ist eher... Vitalität hier, ne? Ah! Ah! Wie viel ist der Schmora-Wert? 3000! Oh! Jeder Schmora könnte auch... Ziemlich stark sein! Aufkaufen! 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 Lass mal von allem eins! Das letzte Exemplar... Ja! Oder soll man es lassen? Sollen wir mal alles sammeln? Vielleicht... Da ist auch unnötig... Hier... Das ist sicher wegen dem Bucks, dass die so teuer ist... Oder so viel Wert ist... Bin mir relativ sicher... Ich bin mir relativ sicher... Wir lassen es aber... Und die soll auch besser sein, ne? MECTEC! Okay! Wenn wir wo hängen... Dann kann man ja noch immer hin... So... Hier lagen wir den... Hier kommt mal der Schmora! Da... Der Schmora! So! Mh, 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 Mh... Mh, Mh, Mh... Mh, Mh, Mh! Gut, 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 gut... So... Ups... Ähm... Was haben wir noch für Nebenmissionen? Stufe 10... Stufe 7... Stufe 2... Stufe 7... Doppelte Ladung! Wo ist das? Wo müssen wir da hin? Was sagt man? Überladungskills. Ah. Okay. Tötet der Gegner mit Stase- Stase-Überladung. Warum subtil vorgehen, wenn man stattdessen wie die süße Gerechtigkeit auf die armen Schweine einhageln kann? Hm. Okay. Süße Gerechtigkeit. Das war doch so eine Granate, gell? So hieß zumindest die eine Granate. Oder irgendwas. Irgendwas. Ja. Süße Gerechtigkeit. Schwerkraftfalte. Das kaufen wir jetzt. Das wollte ich ja sowieso kaufen, also. So, Stase und Überladung. Versetze die Gegner mit Hilfe bestimmter Augmentation oder taktischer Ausrüstung in Stase. Sobald sie in Stase sind, erleiden sie zusätzlichen Schaden, der auf einen Schlag verursacht wird. Sobald die Stase um ist, sobald die Stase um ist. Wenn du genug Schaden anhäufen konntest, überlebt das Ziel und explodiert mit verheerendem Schaden. Ich bin gespannt. So. Ähm. Das war taktisch. Zack. So. Dann gehen wir mal raus hier. Oder nee. Wir machen, wir machen erst mal. Was war das hier eigentlich? Ja, auf Eiersuche. Wir gehen jetzt auf Eiersuche. Wir sind eh schon. Welches Level ist immer? Wo steht denn das? Acht. Stufe Acht. Das können wir schon machen. Eigentlich können wir die Zehner auch schon machen. Würde ich mir auch zubauen. Aber jetzt holen wir ein paar Hoden. Von den Bestien. Die Kronjuwelen. Wir wollen so ein paar Kronjuwelen jetzt. Nee, die finde ich nicht so gut. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So, da können wir rein. Archeologie, tief meef. Ah ja. Das war ja, diese große fläche hier. Das war ja. Habe ich schon alle? Nee. Nee, eins noch. Nee, eins noch. Ein Hodenhammer. Oder noch nicht durch. Ein Hoden. Hm. Hmm. Das war ja. 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 Das war ja die Nutzung. Okay. Und da? Wie er einfach jagt auf ihre Hoden mal her. Oh Gott, wohin schiebe ich denn das? So wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. Natürlich musst du wieder. Natürlich musst du wieder. Ich liebe Magie. Das war mir so klarer Kanobi. Gebt mir eure Hoden. Geil. So aber wenn wir schon mal hier sind. Und wir die Hoden haben von denen. Können wir uns gleich mal die ganzen Schätze da auch anschauen. Die wir da zurück gelassen haben. Vielleicht kriegen wir es ja. Das ist der Feed. Mit deinem wirklich glücklichem Abbott. Der wilde popularer Quiche Rhapsodizer, Truetalk, ist heute auf hier intercom tour. Visiert 20 Systemen in 20 Cycles. Relativ. Hier entourage von ungefähr 2000 Schrenzy Groupies von allen Spezies. Von den ganzen Spezies. Von den ganzen Spezies. Von den ganzen Spezies. Oh ja. Das war's. Wie ist die Zeit. Wie ist das, wie lange der Tour dauern wird. In Richtung. Ein Feed wird dabei geben. 5 Stors auf der Fornication. Für die Glückwunsch. Die Genie. Wir besuchen unsere Spezies. Das ist immer schmerzt mein Schmerz. Wenn ich höre von Menschen übergregen die große Reden während einer Krise. Und heute. Ich habe nur so eine Geschichte zu dir. Word hat erreicht, die Feed von einer recenten Meetung... zwischen Stack Bossen in die Warrerns. Das selbe und rustig Lohab-Sector in der Upper Deep. Die Carnage war eine Freude für Fans von der Intense Sport, als drei Teams sah ihren Contestanten komplett obliteraten. Wir haben auch gehört, dass die Rogin in Korbzone hat gracefully geholfen und Unterstützung zu jemanden in need in diesen tryingen Zeiten. Sie sind gegründet free Starter Chips an den Golden Satori und sogar frees Spins für ein selectes View. Und sie haben sogar Blankets gegeben zu einer Gruppe destitut Lohabbers. Es ist wirklich empfangen, wenn so eine Riespekte Organisation stößt, um die Little People zu helfen. Es ist wie ich immer sagen, Every Dark Cloud... Okay. Damit bist du zu den Hoden Sammlern gegangen. Ja klar. Kann ich nur empfehlen. Ich kann das nur empfehlen. Ah, ich soll das Feuer sprengen. Während es fliegt. Was aber, hier waren wir noch gar nicht, ne? let's ab. Daauw. Wo ist das? Wissen! cyberpunk hast nicht gespielt nein habe ich nicht gespielt cyberpunk warte ich auf so eine game of the year edition oder sowas mit allen dlcs oder was auch immer da noch weil es halt ja auch nehmen in einem miserablen zustand halt war mehr oder weniger was man halt gehört und damals hatte ich auch nicht im pc dazu also von dem her ja jetzt komme ich mir jetzt auch jetzt jetzt kann ich auch warten was 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 war denn das? Pass bloß auf, wenn du dem Imperator nächstes Mal keine guten Schnitzel vorbeibringst, hat er auch bald deine am Haken. Am Haken! Ein gutes Hoden-Schnitzel sagst. Malfi-Dult. Oh mein Gott, der hat er... Okay, das war jetzt ziemlich überraschend. Den habe ich nicht kommen sehen. Weapon-Skin? Hey, gut, dass wir gestorben sind. Mein erster Waffen-Skin. Oh mein Gott. Scheiße, ich will die doch gar nicht zerstören. Hä, wo ist der jetzt? Jetzt ist er nicht mehr da, ne? Heftig. Das war einfach so ein Zufallstyp. Vielleicht Bounty oder so. Das ist einfach nicht mehr da. Jetzt habe ich gewartet mit dem Raketenwerfer auf ihn. Feel sad, man. Naja, gut. Dann halt nicht, ne? So. Aber hier waren wir eh auch noch nicht. Zumindest kommt mir das nicht bekannt vor. Oh. Okay, ich verstehe warum. Die sind Level 22. Nee, da will ich nicht hin. Wir gehen zu Hans zurück. Wir bringen dem seine Hoden. Würde ich sagen. Okay. Das ist so. Das ist so. Boah. Boah. Nein. Holy shit. What? Was zur Hölle? Wie der einen einfach anstürmt, ne? Das ist so unerwartet. Da vorn kommt der. Crazy. Ups. Sorry. Roboter. Die einfach alle wieder leben hier. Da. Oh. Das ist so. Puh. Jawohl. Wieder ein Waffenskin. hat das gezählt für die quest jetzt hat das irgendwas gezielt hier überladung skills leider nein noch mal ein waffenskin jetzt einfach waffenskins für die ganze zeit kein bounty war kein bounty stimmt aber er wirkte mir ein bounty der war stärker als jedes bounty davor aber das spiel macht echt spaß spiel macht echt spaß also für 30 euro schon in ordnung wie gesagt ich glaube auf windows auf diesen windows game pass bei dem windows game pass hat ja er hat das sogar kostenlos ich komme aber jetzt wieder zurück hier stimmt aber vorher nicht mitbekommen wann isst du dein nächstes schnitzel und wann hast wieder vor eins zu essen das ist eine gute frage kasuma schnitzel wollte ich schon sagen aber ich sag dir auf jeden fall bescheid es sich interessiert kommt her ich warte auf euch aber das ist ja nicht was ist das für geräusche Ja bitte, führe jetzt Buch darüber. Ja nice. Wie die einfach geplatzt sind. So, das muss doch jetzt gezählt haben, oder? Ja, zwei. Okay. Wie sie einfach platzen. Boah, hier schau, wie der Boden aussieht. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ups Boah, haben wir so viele? Rettet 1 1 1 3 Krieg ich hier richtig jetzt? Ja. Ah, ich geh da. Das war dich nicht. Fünf Überladungs-Keys haben wir noch mitgenommen, ist okay. Ja, den Rest machen wir bei der nächsten Mission. So, Hans, 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 ja. Zum Hans, sie wollen mal. Aber warte mal, hier sind die irgendwo, wir sind ja noch die, 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 hier gibt's ja noch so Typen, gell? So Schlägertypen. Oder? Müssen doch noch Schlägertypen sein, warte. Guck mal, hier. Ja, genau. Guck mal, hier, 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 hier. Ja, oder? F***! Hat nicht gereicht. Ich darf vielleicht auch nicht so viele Unschuldige töten, sonst krieg ich auch vielleicht noch ein Kopf Geld. Haha! Was war das für einer? Okay, wir lassen es. Das war meine Schütte, komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, okay, okay. Hansi, wir kommen. Hansi, Hansi. Okay. 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 Oh, sind wir wieder. Wie sogar so kleine Popelschaden. Wenn du schlecht stehst, können sogar so Level 2 Typen dir viel Schaden drücken. Das ist echt schwierig manchmal. So, Hansi. Die Hoden. Du hast Hoden bestellt. Oh, du bist zurück. Hansi ist außer sich vor Aufregung. Und du hast gefunden, was er braucht. Wunderbar. Ja. Ja. Was er uns gegeben hat. Ja. 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 Schlinter haben wir aufbekommen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von. Die Dread ist schon geil. Die Dread ist schon gut. Die Dread ist schon gut. Paketenwerfer machen. so jetzt haben wir auch hier die kubikon default art deco oder swag sagen wir machen gibt es für alle skins oder für alle waffen oder so schauen wir mal welche nebenmissionen haben wir noch finde merle beim knoten keine ahnung wo das ist war hier aber das ist ja gesperrt man das hier gesperrt hier oben oben haben wir noch silizium optik es ist das empfohlen der stufe 22 ja gg das brauchen wir nicht machen das ist hier unten keine ahnung wo was was das ist stufe 13 und dann haben noch abgezischt ja eigentlich hier nur noch die die hauptquests aber ich würde sagen das war es jetzt erst mal mit der essent ich sage das war es derweil mit der essent was zuletzt gespeichert vor nicht gespeicherter fortschritt geht verloren zuletzt gespeichert vor 24 sekunden so nächstes mal geht es dann wieder weiter wahrscheinlich morgen wieder wahrscheinlich dann morgen wieder ich bin dann auch schon gespannt wie es weiter geht und welche gegner uns noch erwarten ich bin dann auch schon erwartete 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 Vielen Dank.